Hallihallöchen Freunde, es ist Dungeons 4 Zeit und wie es scheint, wir werden gerade angegriffen, wir warten noch ein bisschen ab, ja, bevor wir hier loslegen, ich würde ja gerne, ne, so, wir haben auf jeden Fall genug zu fressen, wir haben genug Bier da, das heißt, wir können jetzt auch schon mal loslegen, ne, achso, wir machen vielleicht Steine Schadens. Oh, irgendjemand ist gestorben? Passiert, achso, weil die ja, ja, die stehen natürlich sehr geistreich in der Lava, sehr geistreich, oh nein, da sind dann noch so riesenstarke Viecher, ja, 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 eine eurer Kreatur ist gestorben, die sterben die ganze Zeit, Mann. Er ist, wird die ganze Zeit gestorben. Gestorben wird immer, oder wie war das? So, jetzt müssen wir gleich, au, oh, oh, warte mal. Hier müssen wir jetzt ein bisschen zuschlagen. Gerade erst gesehen, dass die ja schon wieder Betten am Abreißen sind, da stehen meine, meine Helden nicht so drauf, also meine, meine, meine Monster natürlich. Weil, welches Monster möchte schon ohne Bett ins, äh, ne, ohne Bett, äh, ne, ihr wisst, was ich meine. Es ist Zahltag. Ja, wir haben nochmal ein bisschen Bier hergezaubert. So, so, nachdem wir die nächsten Spinnen schon wieder los, wir müssen uns um die Spinnen kümmern, das hat sonst keinen, keinen Sinn. Und keinen Mehrwert. Auf jeden Fall keinen Sinn. Weil wir sind mit Sinn und Verstand, äh, oder so ähnlich. Naja. Ja, ja, Zahltag. Oh, wir haben hier, wir haben hier was gefunden. Das sieht nach viel Gold aus. Nach sehr viel Gold. Wenn ihr da jetzt, ne? Im Dungeon wird gekämpft. Ja. Mal wieder. Ich habe zerstört. Wieso geht die jetzt? So. Die hätte gerne lieber trainiert. Kann ich aber nichts für. Training gibt es jetzt gerade nicht. Ja, jetzt macht die Spinnen mal platt. Sehr gut. Sehr gut. Genau, jetzt holt euch erstmal eure Belohnungen ab. Finde ich auch ganz, ganz klasse. Kann ich jetzt auch voll nachvollziehen, dass ihr erst euren Kohle haben wollt. Habt ihr denn jetzt euer Geld geholt? Aber zu essen wollen die auch alle. Ja. Der Multimilliardär, Ja. Mellon Waffet Bates, hatte sich entschlossen, seine Ersparnisse an die Ärmsten im Lande zu verteilen. Also mir. Einer dieser Transporte rollte ganz in der Nähe des Dungeons über die Karte. Achso. Okay. 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 Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen Bier nachkippen hier. Also zaubern, natürlich. Genau, die wollen jetzt alle, glaube ich, anfangen hier zu trainieren, ne? Wir müssen die natürlich ein bisschen weiter ausbauen, müssen wir dann hier. Zack. Ich weiß, wir könnten das jetzt auch, ne, einmal da Harakiri machen. Aber Harakiri ist nicht immer so das Beste, finde ich. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Feinde? Oh nein, nicht wieder Feinde. Wir sind doch gerade erst am trainieren hier. Jetzt reicht's mir. So. Kann nicht immer sein hier. Immer diese Feinde. Ja, das sollte auch so sein. Ha, ha, ha. Oh nein. Warum sterben denn jetzt schon wieder welche? Weil sie es können. Okay. Oh nein, da sind ja schon die nächsten Gegner schon wieder. Das gibt's doch nicht. Oh nein, der ist ja schon wieder. Oh nein, der ist ja schon. die die wenn ich einfach speichern wenn ich jetzt hier noch Ich ziehe! So. Ja, wir müssen leider jetzt mal Gas geben hier gerade. Zack! Weil die werden mir gerade ein bisschen, ne? So, ich muss die ganzen Türen wieder reparieren hier, das geht ja gar nicht. Ach nee. So, genau. Macht's immer alle platt jetzt hier. Kann doch nicht mal angehen. Genau, holt euch mal euer Gold. Ihr habt's verdient. Wenn nicht ihr, wer dann, ne? In welche Richtung geht ihr denn jetzt alle? Haben wir hier überhaupt noch einen Goldraum in der Nähe? Glaube nicht. Mm, hm, hm, hm. Bamm, bamm. motherfucker So, wir zaubern nochmal ein paar Kisten. Kisten sind gleichbleibend, Gurus sind gut. Die Bierfässer laufen auch. Also laufen im Sinne von, ne? Ja, da, 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 da. Ach, da ist mal repariert worden. Ja, gut. Kann auch schon mal passieren. So, ein paar Kisten hergezaubert. Ein paar Kisten. Das haben die auch wieder aufgebaut. Aha. Hier sind die bestimmt gleich noch am aufbauen, oder? Bestimmt. Naja, wir gucken mal, was uns unten hier so ein bisschen... Achso, da haben die jetzt die Kohle weggeholt. Okay, 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 okay. Okay. Es tut mir leid, aber es waren manerlinge hier. Pass auf, ich bringe euch an den Platz, wo Gold ist. Bitte. Ihr wolltet doch Gold, oder? Seht ihr? Ich bin ein guter Dungeon-Lord. 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 Da 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 Tada So Wir müssen mal wieder Kisten daher zaubern So Jetzt sind aber unsere, oder? Die sind doch jetzt alle so relativ cool drauf und so, oder? Ja, fast Ja, die sind fast cool drauf Ihr habt ein Artefakt entdeckt Ein Artefakt Wo denn? Des So Versteck 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 100% Okay Jaja Jetzt gockelt hier mal nicht so rum, ja? Wir sind ja am machen Ja Das ist gut, eigentlich Wir brauchen noch ein bisschen Böshaftigkeit So Einmal den Baumart Wofür Wofür brauchen wir den denn? Ah Ah, okay Kostet Kostet uns aber natürlich wieder 10, äh 10 Batterien, ne? 10 10 10 Kisten pro Zack Oh nein, da ist ja schon wieder die erste Heldengruppe Ja, ja, es sind Feinde in unserem Dungeon Das ist, äh Etwas, was ich leider oft höre Wofür Wo rennen die denn jetzt alle hin? Ihr habt schon mitgekriegt, dass Feinde da sind, ja? Scheinbar nicht Frechhalten hier Mach die Platz Mach die Platz, mach die Platz, mach die Platz Hahahaha Im Dungeon wird gekämpft Wäre ich nicht drauf gekommen So, und jetzt ist natürlich das Gedönse auch schon an mir vorbei gefahren hier wahrscheinlich, ne? Hey! Bist du... Okay, noch viel weiter Im Unsockel endlich... Ja, okay Hier wird ja immer noch gekämpft Jetzt nicht mehr Ob ich das noch schaff? Oh Ob ich das noch schaff? Lalalalalalalala So, jetzt haben wir auch wieder... Ich hätte Batterien vielleicht separat machen sollen, ne? Zahltag Kreaturen holen sich ihren Sold Achso... Äh... Lauf dann durch erstmal Hier wird sich nie ab... Aufgehalten Ja gut, kämpf doch Medial So... So... Wir greifen den Frosch an Hallo Froschi Mach den Frosch Platz Mach den Frosch Platz Mach den Frosch... Mach den Frosch Platz Los, mach den Frosch Platz Wieso ist denn jetzt einer gestorben? Weicheier Allesamt Alles Weicheier Das gibt's doch gar nicht, ey Warum hab ich denn jetzt keinen verbesserten Zauber? Das kann's... Ja, ja, wir haben eine Kreatur für immer verloren Die eine oder andere Kreatur da... Was soll's? Wo geht ihr denn jetzt hin? Achso, hier Schafe killen? Ja... Schafe... Weg mit den Schafen! Ein Ende für die Schafe! Muss ja auch mal sein, ne? Schafe auslöschen hier Kann auch nicht immer sein Oh, warte mal Den Hammer sollten wir angreifen Und wir haben verdammt viele Gegner... Äh... Viele... Einheiten verloren Achso, die killen die Menschen gerade... Ja, okay... Warum auch nicht? Ich mein, äh... Wen interessiert das schon, ob wir... Ob wir geheilt werden müssen oder nicht? Ne? Eure Goldader ist fast erschöpft! Ja, Goldader erschöpft! Alles gut! Oh, die sehen stark aus! La, 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 la... La, 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 la... Jetzt hört doch mal auf, wenn man die Schafe direkt zu killen! Was... Was ist denn los mit euch? Das gibt's doch nicht! Immer direkt die Schafe! Oh, warte mal! Da ist noch irgendwas! Was kost... Was ist das? Expertenzauber! Verbessert alle Expertenzauber! Kann man das tun schon, nö, ne? Die Schafe zu machen? Wir machen das mal auf! Nicht… Ich versteck nicht! Wenn wir die Schafe einziehen! So. Auf Effizienz. Genau. Weil das Böse ist sehr effizient. Haha. So. So. Du. 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 Dum. Dum dum. Dum. Darum. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Gott sei Dank. Wäre schlimm, wenn wir das nicht entdeckt hätten, oder? So, was machen unsere Großen denn? Die trainieren uns. Trainieren. Es ist Zahltag. Und schlafen. Genau, holt euch mal euer Geld hier. Das geht ja nicht. Ohne Moos nix los. Leute, 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 Leute. So geht das ja nicht. Status gespeichert. Oh, wir sind über ne Zeit. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten... Ja, genau. In der nächsten Folge wieder. Ciao mit V.